4-1-4-2, we just lost contact with Catapult 4-3. Get to Site Alpha before infected swarm, that signal truck. Alles klar, versuchen unser Bestes. Schießen, Raketen. Verteidigung Y, um den Weg zu zerstören. Was ist damit gemeint? Da kommen Viecher. Wir wissen, was mit Y gemeint ist. Ja, voll. Na komm! Und zwei mehr. Hier mal ein Stück runter. Verteidigen. Alles klar. Und nochmal. Das war's. Ganz echt hilfreich. Na komm! Irgendwie sind alle Helikopter-Frick. Irgendein Brawler-Club war hier auf dem Hof. Samt! Oh, noch mehr! Was sollen die hier fertig machen? Hydras! Oh geil. Ich wusste, das Ding schleudert was auf mich. Scheiß auf die Hydra. Boah, Hengel, wie viele In meinen Bewegungen bleiben Gut aus So kann ich mich gegen die Dinger verteidigen, alles klar Oh Gott, so ganz viele Erstmal gucken, dass der Truck nicht angegriffen wird, das ist sehr wichtig Okay Aber hier sind gerade noch so viele Viecher unterwegs Okay, die Hydra haben wir auch Truck ist wieder angegriffen Kommt Hier wollte das Fini draufgehen Boah Die Viecher nerven vielleicht Helikopter wird schon Schaden gefressen Oh mein Gott, die Viecher verreckt, verreckt Komm schon Okay, jetzt schalten wir die Hydra aus Schnauze voll von dem Viech Oh mein Gott, warum kam das denn Ich will nicht Schaden, ich dem Vieh mache, das ist genial Oh Klasse, noch so ein Viech Fuck Viech kommt von da Das war knapp Ich geh gleich down Eindeutig Das wirft doch Scheiße auf mich Äh, was wurde zerstört? Oh toll Das Ding wurde komplett zerstört Mit einem Angriff Der muss ja als erstes aus schalten Na komm schon, der nimmt gar keinen Schaden Was für ein Mistviech Was für ein Mistviech Äh Ja Wie seh den ja nur an Kann man überspringen Was zum Teufel soll ich gegen den machen? Mal den überspringen Okay Gehen wir mal ein bisschen tiefer Aber da ist er doch Wir hören dann Laden sie und retten sie den Techniker Okay Lesen sollte man Hab ich gar nichts sehen Alles klar Alles klar Gute Sache Okay Okay Hab zum Hotel Ja Gleich sind wir da Eine Punktlandung hinlegen Genau um die Mitte So So und dann schon Großer Campen Gange Sehr schön Und dann mal zu ihr Auf gar keinen Fall Auf gar keinen Fall Ab zu Dana Wenn ihr direkt landen Genau hier auf dem Dach Da ist sie glaube ich auch schon, oder? Halt den CP gedrückt Okay Hört sich gut an Bisschen unabgeschlossen Jäger und Gejagte Okay Heller ist auch gestiegen Zwölf schon Hm Gucken wir was upgraden Bewegung Gesundheit Regeneration Formwandel Finisher Masse Ja Nehmen wir Masse Oh yeah Hat sie nochmal vergrößert Gedächtnislöschung ist die nächste Mission Okay Dann finden wir mal heraus was Dana so weiß Das ist Das ist das Das ist das Das ist das Das ist das